Rudolf, du trägst Rentier, nachher gibt es Rentieraklet, Witz gemacht, ich will keinen Bock aufs Streitz. Sag mir eine Seite und dann werde ich dir das Gedicht oder den Text vortragen, wie es dir gebürtig ist. Gebürt. 345, ab der Hälfte. Du weißt schon, dass dieses Buch keine 365 Zeiten hat. Das ist ein Reklamheft, du Hackfresse. Seite 11. 2. Was? Das hast du dir ausgewählt, das ist Seite 11. Das ist 10, das ist 11, die steht 2. Das ist ein teurer Text, den du dir ausgewählt hast. Ist das auch das, was bei dir im Gehirn abgeht? Einfach nur so einzelne Zahlen. 2. 4. Ah ja. Da hast du nochmal eine Short. 12. Von allen Seiten, also, du musst mir so sympathisch helfen. Den trägt das Auge. 12. Das wird spannend. Das passt zu dir. Also, so eine Lehre habe ich selten gesehen. Also, da freue ich mich so für dich, weil das spiegelt wieder dein Hirn. Und das ist halt das, was ich an dir schätze. Ist das, wenn du das jetzt so siehst, kannst du damit relaten? Können wir vielleicht Seite 13 machen? Ich würde doch bei der Seite bleiben und so einen leichten Windstoß dem Ganzen geben, dass wenigstens irgendwas in deinem Hirn passiert. Das sind einzelne Informationen, die bei dir dann wohl los sind, über den Tag. Sagen wir mal, wie ist denn das? Sagen wir mal, wie ist denn das eigentlich, wenn du... Geht jemand ans Telefon? Oder soll ich wieder alles machen? Bin ich jetzt zuständig für die Weihnachtsstimmung und fürs Telefon? Soll ich auch nass rauswischen hier und die Klamotten falten, oder was? Ich lasse es klingeln. Es hat aufgehört. Danke fürs... fürs Unterstützen jedes Mal. Auch gestern habe ich einen Keller ausgeräumt allein. War super. Auf dich kann ich zählen. Du bist der Einzige. Warst der Einzige. Warst der Einzige. Warst der Einzige. Ich hatte das Gefühl, gerade die Fliege greift mich an. Ich habe gerade überlegt. Es fühlt sich auch für mich an, als hätte ich dich eigentlich nicht mehr gesehen. Was guckst du zu tun? Was guckst du zu tun? Halt oder? Halt oder? Ich frage dich. Aus dem, wer schneller sprechen kann. Aus dem, wer schneller sprechen kann. 1, 2, 1. Kannst du nur mal eine Seite auswählen. Du bist der Einzige. Du bist der Einzige.